Basketball Bundesliga ab 29. Januar 2011 Selmkenzi Seltsam Kenzi Otterde Seltsam Kenzi Basketball Bundesliga die Prognose für den kommenden Spieltag, Selmkenzi Register Tretmark Seelwafel Register Tretmark Bettingtrader Register Tretmark Seltsam Kenzi Register Tretmark Erster Adland Ranks 1 Strich Sieg als Endresultat 2. Rose Baskets Bamberg 1 Strich Sieg als Endresultat 3. BBC Bayreuth 2 Strich Niederlage als Endresultat 4. Alba Berlin 1 Strich Sieg als Endresultat 5. Telekom Baskets Bonn 1 Strich Sieg als Endresultat 6. Niefantoms Braunschweig 1 Strich Sieg Als Endresultat 7. Eisbären Bremenhaven 1 Strich Sieg als Endresultat 8. Deutsche Banks Kühliners 1 Strich Sieg als Endresultat 9. James Düsseldorf 2 Strich Niederlage als Endresultat 10. LTE Gießen 46 RS 2 Strich Niederlage als Endresultat 11. BG Göttingen 0 Strich Unentschieden als Endresultat 12. Phoenix Hagen 2 Strich Niederlage als Endresultat 13. EnBW Ludwigsburg 0 Strich Unentschieden als Endresultat 14. Mitteldeutscher BC 2 Strich Niederlage als Endresultat 15. Ewe Baskets Oldenburg 1 Strich Sieg als Endresultat 16. TBB Trier 1 Strich Sieg als Endresultat 17. Walter Tigers Tübingen 2 Strich Niederlage als Endresultat 18. Radio Farm Ulm 2 Strich Niederlage als Endresultat Die bisherigen Matchresultate in dieser Saison, Atlanta Dragons 1 Spieltag 1 Strich 1 Oktober 2010 Endstand 70 zu 55 Adlan Dragons 2 Spieltag 2 Strich 8 Oktober 2010 Endstand, Atlanta Dragons 3 Spieltag 3 Strich 10 Oktober 2010 Endstand 65 zu 75 Adlan Dragons 4 Spieltag 4 Strich 15 Oktober 2010 Endstand 85 zu 81 Adlan Dragons 5 Spieltag 5 Strich 17 Oktober 2010 Endstand 5 Strich 17 Oktober 2010 Endstand 91 zu 68 Adlan Dragons 6 Spieltag 6 Strich 23 Oktober 2010 Endstand 58 zu 60 Adlan Dragons 7 Spieltag 7 Strich 30 Oktober 2010 Endstand 56 zu 82 Adlan Dragons 8 Spieltag nieder charged unter Betenberg 10 Oktober 2017 Endstand 4 Strich 10 Oktober 2019 Endstand 5 Strich 3 Strich 17 Oktober 2010 Endstand Kevin verdienen 7 Oktober 20 King Dolm 3 Strich 10 Oktober 2010 Endstand 7 Oktober 2019 Endstand 7 Oktober 2020 Endstand 76 zu 78 Adlan Dragons 10 Spieltag 10 Strich 20 Optimus 10 Oktober 2019 Endstand 9 stoppen 59 Patland Dragons 11 Spieltag 11-27. November 2010 Endstand 61-77 Patland Dragons 12 Spieltag 12-4. Dezember 2010 Endstand 93-66 Patland Dragons 13 Spieltag 13-12. Dezember 2010 Endstand 78-74 Patland Dragons 14 Spieltag 14-18. Dezember 2010 Endstand 85-81 Patland Dragons 15 Spieltag 15-22. Dezember 2010 Endstand 80-98 Patland Dragons 16 Spieltag 16-29. Dezember 2010 Endstand 89-92 Patland Dragons 17 Spieltag 17-2. Januar 2011 Endstand 80-65 Patland Dragons 18 Spieltag 18-8. Januar 2011 Endstand 06-71 Patland Dragons 19 Spieltag 19-15. Januar 2011 Endstand Gesamte Endstand Tore 1238-12. Dezember 2010 Endstand 9 Sieger Endstand 2 Unentschieden Endstand 8 Niederlagen Endstand Brose-Baskets Bamberg 1 Spieltag 1-1. Oktober 2010 Endstand 70-59 Brose-Baskets Bamberg 2 Spieltag 2-8. Oktober 2010 Endstand Brose-Baskets Bamberg 3 Spieltag 3-10. Oktober 2010 Endstand 75-68 Brose-Baskets Bamberg 4 Spieltag 4-15. Oktober 2010 Endstand 71-62 Brose-Baskets Bamberg 5 Spieltag 5-17. Oktober 2010 Endstand 74-71 Brose-Baskets Bamberg 6 Spieltag 6-23. Oktober 2010 Endstand 60-58 Brose-Baskets Bamberg 7 Spieltag 7-30. Oktober 2010 Endstand 81-80 Brose-Baskets Bamberg 8 Spieltag 8-6. November 2010 Endstand 76-59 Brose-Baskets Bamberg 9 Spieltag 9-13. November 2010 Endstand 99-84 Brose-Baskets Bamberg 10 Spieltag 10-20. November 2010 Endstand 10-20. November 2010 Endstand Brose-Baskets Bamberg 11 Spieltag 11-27. November 2010 Endstand 78-55 Brose-Baskets Bamberg 12 Spieltag 12-4. Dezember 2010 Endstand 71-75 Brose-Baskets Bamberg 13 Spieltag 13-12. Dezember 2010 Endstand 69-56 Brose-Baskets Bamberg 14 Spieltag 14-18. Dezember 2010 Endstand 75-64 Brose-Baskets Bamberg 15 Spieltag 15-22. Dezember 2010 Endstand 28-17 Brose-Baskets Bamberg 16 Spieltag 16-29. Dezember 2010 Endstand 99-63 Brose-Baskets Bamberg 17 Spieltag 17-2. Januar 2011 Endstand 74-74 Brose-Baskets Bamberg 18 Spieltag 18-8. Januar 2011 Endstand 81-62 Brose-Baskets Bamberg 19 Spieltag 19-15. Januar 2011 Endstand 98-61. Gesamte Endstand Tore 1279-1051 16 Siege Endstand 2 Unentschieden Endstand 1 Niederlagen Endstand BBC Bayreuth 1 Spieltag 1-1. Oktober 2010 Endstand 61-68 BBC Bayreuth 2 Spieltag 2-8. Oktober 2010 Endstand BBC Bayreuth 3 Spieltag 3-10. Oktober 2010 Endstand 67-73 BBC Bayreuth 4 Spieltag 4-15. Oktober 2010 Endstand 70-66 BBC Bayreuth 5 Spieltag 5-17. Oktober 2010 Endstand 76-84 BBC Bayreuth 6 Spieltag 6-23. Oktober 2010 Endstand 68-75 BBC Bayreuth 7 Spieltag 7-30. Oktober 2010 Endstand 70-79 BBC Bayreuth 8 Spieltag 8-6. November 2010 Endstand 99-96 BBC Bayreuth 9 Spieltag 9-13. November 2010 Endstand 71-61 BBC Bayreuth 10 Spieltag 10-20. November 2010 Endstand 71-71 BBC Bayreuth 11 Spieltag 11-27. November 2010 Endstand 94-98